Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play, Donkey Kong Country Returns, Tropical Freeze. Das hast du so mit Absicht gemacht. Nein, irgendwie nicht. Irgendwie doch. Wir sind stehen geblieben, denn wir haben im letzten Part den letzten Boss besiegt. Beziehungsweise ich habe ihn dann voll in Bitch Slap gegeben. Wer das nicht gesehen hat, unbedingt nochmal ansehen. Und eine verlorene Welt hat sich geöffnet. Und zwar Icognito Island. Und da sind wir jetzt gerade. Beziehungsweise ich. Denn ich habe nämlich gerade noch ein bisschen Leben gefarmt. Ja. Und wir beginnen mit 7.1. Qual, der Quader. Bin ich bereit dafür? Ja! Oh ne, ich komm so. Du kommst mit. Oh, ein neuer Hintergrund. Das ist wirklich ein neuer Hintergrund. Es scheint mir eigentlich so ein richtig alter Ruin zu sein. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Außer wir haben irgendwo Checkpointer. Ja. Oh. Ja. Okay. Ich bin mal gespannt, was passiert jetzt. Oh. Oh. Oh, die Fliegenlein. Oh, da. Ich hab's gesehen. Sollen wir sterben? Oh. Oh. Oh mein Gott. Das ist keine Frage mehr gewesen. Das wir haben jetzt sterben. Ja. Die Gott. Gott will es so. Ja, Gott hat es so gewollt. Soll man rein kommen? Ach so. Ich hab's nicht gekriegt. Ja. Ich hab's nicht gekriegt. Aber wie es so weitergeht. So ein Spiel um näher, oder auch nicht. Ja. Wir haben es so ein einzurutspringen, glaube ich. Nee, du musst auf dem anderen stehen bleiben. Ah, haben wir das erste. Wir so kommen bei lauwe. ㅋ Wir so kommen bei nach Hause. Gingen jetzt nach Hause. Wie viele Positile gibt's hier überhaupt? Es gibt hier 5. Es gibt hier 5. Es war schon gleich klar. So. Na gut, wie sie sagen wir. Ich hab's ja schon quasi. Ich hab's ja. Nein, na. ich glaube das scheint nicht kennen keine leichte welt zu werden vor allen dingen da wir hier glaube ich auch nur begrenzt zeit haben ich habe es gesehen ich habe es gesehen verurteile mich nicht ich habe ja auch keinen bock den ganzen schwach sind noch mal von neu anzufangen wir wussten nicht was passiert aber jetzt haben wir es gesehen ich habe wirklich dass es checkpoints geht aber ich glaube nicht nicht ja auch ein bisschen doch werden erst die ganzen karte werden dann kriegen wir irgendwie eine leichte level ja ich glaube das ist das ist echt so eine art ich glaube das steigt den schützen gerade von sehr schwer bis auf fick dich oder auch oder sollte man sagen auf das level ihr seid schwul ich weiß es doch nicht warum heißt es ich möchte nicht lügen aber hier riecht es ja ich kann etwas sehr gut dabei hatte ich doch heute schon ein gutes mittagessen aber gut immer nehmen sie bekommen ja ja man kommt die gut münzen dann haben wir genau da haben wir noch genau gleich für die vor allem ja 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 das ist okay ihr wollt ihr muss doch verarschen das ist ja schön und ich kann ja so richtig gut weinen ja lassen fast das ist aber du hast nicht zu sehr daran geglaubt also ich glaube hier dürfen wir keine gnade erwarten und da kommen keine ahnung ich wollte mal gerne wissen was passiert das sieht eigentlich nicht so schwer es sieht nicht so schwer aus aber du hast halt keine zeit du musst so schnell reagieren deswegen wenn wir sie an spieler hinlegen spieler aktiviert das ist ganz gut sterben gedacht ich wusste es ja 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 wenn er getroffen dass die steile da oben nicht berühren ja das ist okay okay weiter gott war ich nach rüber kommen ich würde sagen wenn wir am fass ankommen da haben wir auf jeden fall eine leichte überleben chance ok das level ist nicht lang aber es ist so schwierig und wir haben noch nicht alle puzzle teile und hast du gesehen dass die plattform immer kleiner werden ja speedrun activated um jottes willen bitte weit und steinchen nein die münze ich wollte sie haben okay welcome from ding wow yes no nein ich hab's genau aufgestürzt ja das ist ende weil wir haben sagen warum rechts kommt zu leiden das nix so schade wir haben nicht alles gefunden aber egal wenn man fast verschwunden 70 münzen ja ich werde ich werde hier alle ich habe alle 26 ja dort erst geschafft jetzt noch zwei weitere in den falle beiget ich bin gespannt okay ja da ist der affengott king kong doch wir können direkt zu beiden schienen verkehr verkehr und dann ist weiter bis wolkig was damit zuerst machen ja machen wir ist das schienen level schienenersatz verkehr also mal schienenersatz verkehr ja so level ohne checkpoint ja ich glaube besser kann es nicht mehr laufen klassisches kann ja oder kommt die lobe noch draußen hier spielzeug hier waren wir nicht jetzt reinkommen du bekommst keine lege ich glaube nicht jetzt könntest du mal reinkommen um es aber nicht so faul hier schon drei jetzt dürfen wir den schwachsinn hier nochmal machen muss alles nur weil du gestorben was passiert ich halte mich ein paar langer was machst du da muss bis ein schaffen zum absehner wir haben aber ich glaube nicht das hat ein einziges mal ist wo wir fahren muss es ist so einfach mal wieder hoch wir wollen uns doch verarschen machen nicht so eine scheiße mit uns ich glaube ich das was der normale weg ist ich glaube ja kommt bitte ende bitte ende bitte ende oder und kann ich mich festhalten versicherung da kann ich nicht springen also sender kommen ja und wir haben sogar hier alles gefunden war einfach als vorherige ja also ich glaube da sind wir glaube ich auch nur einmal gestorben wir kommen so ein level noch was da noch in der mitte ist gegen großen affengott kämpfen weiter bis wolkig nicht heiter bis vor dieser oder oder wollte ich bin aussicht auch vielleicht welchen manche lohn und paketen fassen kann es ja nicht sein ich habe mal recht nicht eigentlich doch was ist denn jetzt noch schlimmer sein klar auf feste plattform zu springen das wäre ja noch zu langweilig auf die wolke auf die wolke wir wollen uns doch verarschen okay die hätte man sich von sein können jetzt wohl gemacht haben ja genau wir haben nichts gesehen ich habe noch nicht wie viel gibt es ja eigentlich hier weiter da wenn sie seine überschreibung und gehen aber weg ich hätte es mir denken können sterben auf zum großen sterben herzlich willkommen beim großen sterben heute zeigen wir die zwei news richtig auf der linken seite sehen sie wie ein affe zu todes stürzt und auf der rechten seite sehen sie wie ein affe zu todes stürzt ja sicher wir bräuchten halt einen der sich auf was du bist so ein gutes opfer ritual ich kann nicht sterben ich bin die königin des junges ich kann auch nicht sterben ja allerdings nicht dabei aber ich war ja ja stimmt machen ich will schon dann bin ich wieder da jesus kommen ja das liegt noch ein bisschen weiter ich hätte das auch gedacht das blöde ist bedürfen wir dürfen jedes mal diesen schwachsinn noch mal machen ja doch keine ich finde gar nicht cool mein sterben und so ja ich muss nein kommen wieder und das ja ich bin sehr stolz auf dich ich bin sehr stolz auf die war stand ja okay die fliegen nach oben und explodieren dann alter bist du tot Ich will ihn da nicht so runter. Ah, ah, nein! Wo hin? Komm, you can do it! Do it! Just do it! Let your dream come true! Nein! Ich glaub da war das Ende. Ja, ich auch. Jetzt dürfen wir das alles normal machen, aber wir sind nicht weit gekommen. Nein! Willst du eben reinkommen? Ja. Ich schäme mich. Okay. Do it! Just do it! Let your dream come true! Yesterday you said tomorrow. Nein! Ah, nein! Wenn ich auf der Plattform fest... Nein! Oh, nein! Und 10.000 Kilometer Höhe. Nein! Was machst du da? Hey! What are you doing? What are you doing? You treat all? Nein! Ich übersteuere die ganze Zeit. Letzte Part. Ja! 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 das haben wir auch schon weiter 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 nein es tut mir leid nein dann schaffst du halt auch do it just do it nein nein das ist nicht dafür gedacht wir müssen das jetzt mal schaffen wie lange machen ja machen wir jetzt alles in dem partie zu ende ja immer danach noch kommt ja und wir danach noch nicht nur das ganz große finale machen ja ja sicher haben wir hier nicht aufpassen weißt du was wir dann werden das was wir dann gehen stellen wir ganz toll Was ist das? Nein! Nein! Aua! Oh mein Schädel wurde aufgeschwießt. Was soll ich denn damit? Ich bin da mit dem Pugel vervollständigen. Wir sind offen, gar nichts zu haben. Ja, ne, wir haben keine Kinder. We can do it. We can do it. Nein. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid. Jedes Mal. Nein, nein, nein. Es tut mir so leid. Ja, so ein Zentimeter einfach nur weg. Aua! Nein. 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 Ja, weiter. Ich komm schon irgendwie daher. Genau so. Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So, tercero hier, wieso! Dieses level. Set level A! Wir müssen den ganzen Leben. Wir sind zurück. Dann kriegen wir die��st und wir kriegen hier viele Münzen, A. Wir können hier gleich schon wieder 40 Leben holen. Nein! 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 Oh nein! Oh nein! Oh ja! Yo, shut up Bubbles! Shut up Gregory! Also ich bin auf dem Lied. Komm! Yo, shut up Bojack! No! No! Jetzt geh ich drauf! Nein! Boing! Juhu! Nein! Dann nehmen sie! Nein! Nein! Oh no! Okay, wir werden beide Schaden bekommen. Ja. Von unseren Kämpfen wurden aufgespießt. Nein! Hm, okay. Wir haben den Sprung. Was? Nein! 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 Ich habe die Höhe nicht gekriegt. Ich schäme mich so sehr. Ähm, ja. Was wollte das? Was? Oh nein! Oh nein! Da war ja was. Ja. Ich vergaß, dass ich warten muss. Was? Ja, das haben wir. Ein paar noch. Was? Was soll das denn? Ich wollte dann fast treffen. Du hast es nicht angepeilt. Ich habe mich anvisiert. Ich wollte dich nicht von dir anvisieren lassen. Ich wollte dich nicht von dir anvisieren lassen. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wie haben wir das überlebt? Wollah! Wollt wir geil sind! Wir lachen! Wir lachen! Oh! Das war knapp ey! Ich glaube wir müssen gleich das Level verlassen ey! Ja, aber dann haben wir wieder ein paar Leben. Ich geh mal locker wieder rein. Okay. Jetzt. Jetzt! Jetzt! Nein! Oh! Oh Gott! Oh, der ist ja so fast. Das hat mir das geschafft, ey. Ich hab's nicht geschafft, ey. Oh. Oh, juhu. Jetzt! Oh, der klappt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! genau noch drückt ich schon mal mal ganz ohne meine helfer warum die können uns nicht gefangen genommen haben sie doch schon besiegt wenn man jetzt so lange das wort schaffen was ich da kommt also in der letzten parteien lehre kaufen wo sollen wir sie holen wir gehen oder ganz rechts rechts mannach rechts abbilden ja da wollen wir nicht vergessen schon die weißen dass er von wünschen wir sagen ich weiß was menschen wollen sind wir bereit dafür ich weiß sind wir jetzt bereit dafür wenn wir hier dafür bereit sein die alle noch mal ich weiß ich mache das jetzt im speed run activated modus jetzt kommt wieder kommt zu mama ich komme ja war da mich gerät ja du wirst gerade getroffen und damit war er gerade nicht in flammen war das ist dritte ja ich weiß auch wo das vierte ist man darf sich nicht zu viel zeit lassen das weiß nicht wer das weiß ich nicht fair oder ja aber auch wartet ja so schön hallo und dann war es ganz kurz um ok k und gut ja hübschen man kann nicht auf den dauf springen eigentlich kommt es eigentlich nicht ja warum war es nicht hin annehmen wir schon auf 35 minuten wir machen das level noch zu ende ja dann werden wir einen schnitt setzen da machen wir auch deutlich wird davon irgendwie schneiden da ist aber irgendwie nur zum 5 minuten das tut mir leid da ist ein schneller finger wieder der spiel ich weiß in der ruhe liegt die kraft wir müssen weitergehen dorthin und dort wo es noch nie jemand gesehen hat nur wenn man auch kein affe war ja der netz von dem baukett ganz ein paar plattformen hatte das wollte doch meine stoffe nein wir kommen weil ich war ich war ich war ich kann so das war noch nicht nötig jetzt jetzt hier jetzt hier jetzt hier jetzt hier einfach hier ist das geht so sein da ist es gemeinsamen schnell und weg 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 Au! Wah! Das gibt's doch nicht! Schnell! Ja, ich glaub ich hab da wegiert. Nein! Die ganze Zeit, ey! Ich stößte einfach hinter, ja. Nein! Oh nein! 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 Ich wollte es haben! Ich glaube, da war das Ende. Du warst so klein, du musst es erreichen. Leider, oh Gott. Was machst du denn da? Oh, da bin ich hier hingekommen, ne? You're not supposed to be here. Ich werde auf dich warten. Ich bin schon den ganzen Weg hier. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Was machst du denn da? Ich habe nicht... jetzt war es nicht so ist mein schmerz von der landung sondern von diesem betrachten allein nein schnell 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 nein 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 ja 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 jetzt noch mal funky erhältlich irgendwas um ein wenn jetzt noch ein level kommt und ich glaube es kommt noch ein level denn wie wir alle wissen es so ja er macht die hand du hast die nächste stimmung kannst du keine ich muss kein begleiter mit dem spiel ein fest und finden was meine also ich denke das war's dass wir alles geschafft ich sage vielen dank für eure aufmerksamkeit in diesem let's play ja wir hatten echt spaß was und haben jetzt auch noch den extra schweren wo es war ihr scheiße und wir werden diesen wo es garantiert nicht spielen wenn wir uns mal anfassen bis dahin das war's von dem country topical freeze mein name ist dann die oip und mein name ist metal mario master und wir verabschieden uns tschüss bis zum nächsten projekt